willkommen auf meinem kranium marcel darf es mit dabei ist ja wie geht es so ein ob ich jetzt gut weil wir ein paar sterben so körperlich geistig weil wir da mitten der nacht in posen und schenk es ist halb 1 hallo 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 eine flasche rein so jetzt ist es bei mir an so war hallo 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 hat auch gut gibt es heute doch nicht die herzen fix durch den länger behalten bitte ich glaube nicht dass wir das heute schaffen die nacht nicht es wird bei uns regnen wenn es jetzt noch bei mir irgendwie live regnet und das sage ich doch nicht die geräusche sind wir davon nie aufgefallen ich verstehe ich kenne das ja ja in das wirklich aber das habe ich immer noch hallo oder hallo wollte ich wollte ihn kaufen von 1 1 aber als erste nicht erschrecken ich habe du bist die bei der seite ok das ist gut ok ja es sind bei uns wirklich gar nichts mehr geht sagen okay ist okay und ich offen komplett wisst dann für heute mal das die ich so mein ich will alles das du hab ich hier bestimmt das will ich auch nicht heißt ich sitz vom fenster du weißt dass ich normalerweise panik schon bin ja mach fenster zu ich bin der ängste menschen kennt und jetzt in der höhle in der forest wo ich alles angreift denkst du so das hätte sich ab es ist ja wirklich so sachen spielten haben wir haben neues ding bekommen für die kamera also verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe umbracht hat es ja ich verstehe ich verstehe ich weiß ich weiß ja ich weiß nicht warum das ist ja ich weiß nicht wie ich bin alles was ich weiß nicht wie ich weiß nicht was ich weiß nicht wie du bist hallo ich glaube wenn ich jetzt keine ahnung hätte vom spiel so was jetzt wirklich passiert ist ich weiß ja wie das finale bettler aussieht ich weiß ja was passiert aber wenn ich es nicht ja das land war auch geil das erste was ich jemals gesehen habe von the forest war der finale kampf muss stehen bleiben auch wenn ich noch mal holen so er ist tot aber die grafik ist eigentlich schon auch schon okay wenn wir es trinken doch liegt ich brauche Friede wieder gleich nur abflachten ist okay auch das nur noch weg wie gut kein Frieden von mir der plärte wohl seine freunde hat der freunde aber ich nicht ich komme halt schon hier meine freundchen gibt es den sound nicht vor dass das irgendwann der tod ist an defo ist gestorben an defo ist gestorben ich sagte investieren der zeitung stimmen das passiert die aufnahme machst egal bei mir hallo ja einfach ja ich bin neben der züge standen so dafür nichts für die kunden alles ich wissen warum er hoch muss und wer hat gebaut ich weiß dass der eine mann der rote vermutlich ok ja sind noch komikamente und so guck doch mal darunter das sind zeitung wir sind die verschiedenen monster kreuz hallo ja durch hallo schulfoto ich dachte du bist eingespelt worden vielleicht konnte ich nicht durch die tür zurück weil die tür gegen die fort nach dem flach dazu ich habe das gefühl der ist hat sich hier versteckt wer irgendeiner genau weiß ich ja ich weiß ja da schau aber ja noch ein kind aus als erwachsen die kreuziger ich habe ein paar ich habe mir doch gefühl ich habe ich nicht aus einer muss machen einfach schrauben da ein ich vorgehe nur wirst du sagen noch nicht vor genau ich weiß auf jeden fall noch vom lager ist aber auch nicht schlecht dass wir nicht mal die kaffee ja so viel passiert geld wo es sieht einfach auf der bank das ganze sitzen die zimmern neben das labor nicht einfach als base nutzen auf ein nehmen so klar dass du kriegst eine errungenschaft übrigens wenn du kaffee trinkt das hier ja ich das ist das ist eigentlich kaffee das ist ein also er hat doch sind ja das muss doch was ist hier passiert nicht durch trinken 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 ja was ist das dieses da ich habe ja bitte familienausflug versteht familienausflug machen als ja genau doch mit händen das sind tausend betten objekte krank machen müssen gewesen werde ich das für die ersten kranken für die mitarbeiter aber nicht wirklich nicht für die station gefühlt aus das sind auch spiel hier sind barby puppe nackt oder nackte was für viele kinder hier waren nicht gedacht vielleicht haben die kinder gezüchtert ist dann auch hier zu kopf von den babys und nein okay da wurden die babys gesucht gezüchtet das ist ja das ist der wurm was da beim zweiten post rauskommt ja so großen zu den fetten macht ist dass der das ist schon so heißt schon siehst du nicht am bett ja muss ich sagen dass es er ist der ausbrochen ich muss nicht machen weil ich mache ich mache es tut mir leid ich glaube musik muss ich die übernehmen nur das nicht okay das gut wir können hier noch mal nein ich komm noch mal hast du noch ist ich habe ich erst siehst du das rechts ist lecker wir haben ungelogen bald ein uhr nachts und einfach zu schlafen sich das ein fuch ist ein fetter fuß ja wie wenig zehn haben die doch mal so mutant ja ich nicht gedacht das gehört das ist nicht vorgehen okay das steht jetzt mal danke das ist eine blume aber es ist eine kleine kind musik ist geil die musik ist einfach geil das ist so was für eine gardung es wirkt interessant ich denke ah 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 jetzt können wir wieder wasser ja na ja da hallo auch noch als ich zahlt ja ja einfach wenn die drogen fasziniert drogen chemie chemieunterricht ja auch keiner gefüllt ich kenne aus dem start so so ich wurde test also ich glaube da haben sechs im gehirn der drucker aufgesammelt das große aufgesammelt was hier stück da hat ich glaube ja da vorne ja ganz in dem raum da drüben als ich glaube ja ja ich glaube der gefahren gefühlt rechts also hdmi der irgendwie irgendwie angeschlossen da irgendwie angeschlossen gleich ja da das gefühl als der wirklich eingeschlossen war das in die letzten hause gefunden hat sich umzubringen vielleicht mal vorstellen weil nicht rauskommen wir kommen ja auch nicht rein ja ich möchte schon alles sagen dass wir jetzt mal auf in meiner folge nicht vor mir würde ich sagen oder weil wir müssen 40 minuten erzählen wir uns bei einer flamme wieder bis dann